Ja hallo und herzlich willkommen zu TKVPK Gamer TV. Wir sind heute mal wieder mit einer Prognose da. Die dritte insgesamt Champions League Prognose Bayer 04 Leverkusen gegen Zenith St. Petersburg. Ja heute mit Tess. Ja hallo ich bin es vielleicht der eine oder andere kennt mich noch. Ja ich spiele mit Zenith. Und ich spiele mit Bayer 04 Leverkusen. Ja und dann würde ich sagen kann es auch gleich schon losgehen und ich lasse dann nachher Manni und Buschi reden. Ja also ich sage dann schon mal bis nachher nach dem Spiel. Ja wir spielen natürlich 5 Minuten. Profi Waldstadion okay ist jetzt egal. Profi ist jetzt egal. Ja ich denke mal also die Champions League fängt ja auch so ungefähr 20-45 an. Ja halt dazwischen. Ja Teammanagement können wir noch schnell machen. Ja wir wollen es ja natürlich auch realistisch machen. Also ich lasse meine mit den aktuellen Karten weil ich kenne eigentlich wenig Spieler hier. Außer vielleicht Hulk und äh ja wen vielleicht noch. Keine Ahnung. Danny. Oder Danny wieder heißt. Ja ich nehme noch hier für Castro weil Sharno Ludo der ist in Formtief. Und dann nehme ich dann wieder Castro als Spielmacher. Ja und ja ich denke mal so können wir ihn spielen. Ja äh dann kann es auch sofort schon losgehen. Bis ja. Wie gesagt ich spiele in äh weiß. Ne wir tun sie in rot. Und dann kann es auch losgehen. Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel. Mein Name ist Manni Bräugmann. Neben mir wie immer Frank Buschi Buschmann. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen Zenit St. Petersburg. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Ja und das ist äh 1 zu 0 von Leverkusen. Ja da hat er in die Gasse gespielt. Da genau wo er stand und eiskalt verwandelt. Ja und die äh Leverkusen ja frühe Tore. Also dafür ist Leverkusen ja bekannt. Für frühe Tore. Und hiermit steht sein 1 zu 0. Von Benarabi. Für Leverkusen. Und mal sehen wie es weiter geht. Okay. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Ja und da ist der Ausgleich. Also frühe Tore nach 8 Minuten schon 2 zu 0. Äh 1 zu 1. Ja ähm so viele Tore hofft man. Also natürlich nicht ganz so viele. Aber eine ausgeglichenere Partie. Ja so kann es weitergehen. Castro. Kiesling. Einwurf. Die Chance. Tore der Fassbund. Und der Ball ist drin. Ja also ich habe da gar nichts mehr gemacht. Ich dachte der Ball wäre schon nirgends irgendwie vorbei. Und dann kommt er da noch angelaufen und hemmet das Ding da rein. Das nenne ich einen guten Riecher für ein Tor. Aber 2 zu 1 jetzt für Leverkusen. Für die deutsche Mannschaften. Beziehungsweise Leverkusen jetzt. Ist das natürlich richtig gut positiv erstmal. Damit hätten sie 6 Punkte aktuell. Und wären momentan erster Platz. Ja Jengling Song. Das Spiel geht weiter. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Hat Badopoulos. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß fallen. Das Bänder. Der Torwart ist unsicher. Der Ball kommt gut rein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Top-Rank. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt den? So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Wird angeschossen und der Wald rudelt ins Haus. Lelarabi. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach einen Tick zu berechtigt. Jedenfalls steht am Ende der Ballverlust. Gutes Tackling auf der Außenposition. Oh, meine Güte, da ist der Ausgleich. Nach einem schön rausgespielten Tor. Frostentor. Ja, klasse. Danny, 32. Minute und... Ach du Scheiße. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Jetzt, jetzt... Oh, das kann nicht wahr sein. Jetzt hakt das Spiel. Jetzt hakt das Spiel, das gibt's doch einfach nicht. Ähm... Ja, die Framerate ist irgendwie grad so total im Arsch. Bei 1. Oh, Sekunde. Jetzt, jetzt geht's wieder. Oh, endlich. Das war ja schrecklich gerade. Oh, Weizsau ist knapp übers Tor. Ja, 2 zu 2. Aber es gibt eben diese bösen Spinsdamen. Vizekusen, Leverkusen. Haben wir alles schon mal gehört. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Der Pass kommt ab. Jetzt muss er ihn reinbringen. Gehalten, gehalten. Aber noch heiß. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Mann hinter rein. Das wäre nicht früher gewesen. Eine riesen Gelegenheit. Das wäre nicht früher gewesen gewesen. Das wäre nicht früher gewesen gewesen. Das war's, was da zu tun. Das wäre nicht normal. Wie ist das? Achtung! 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 Sie holen sich die Kugel auf den Flügel. Da ist noch nichts gelaufen, da ist noch nichts entschieden, Halbzeitstand 2 zu 2. Ja Halbzeitstand 2 zu 2, ein ausgeglichenes Spiel, so auch der Spielstand, leider jetzt zum Schluss, ein kleines bisschen zu viel Hacke, also es hackt hier wirklich zu viel. Selbst hier, es hackt einfach zu doll, mal hoffen, dass es gleich aufwird, ja, er muss wechseln, okay, keiner muss wechseln, also kann es gleich weitergehen, mal hoffen, dass es jetzt nicht zu hackt, 2. Halbzeitstand 2 geht los. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um, es sind alle da, der Ball liegt am Anstoßpunkt, auf geht's, in die zweite Halbzeit. Reinhardt, Kießling. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Klasse Doppelpass, ein Zungen-Schnalzer. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jetzt ist es Tor und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Jungen, in Zord. Peter hat er Kierz. deswegen hat er nur probleme ja aber das war auch nicht wirklich eine schwierige aufgabe auch hier ist er wieder zur stelle der torhüter erhält wirklich alles fest und es entwickelt sich eine möglichkeit ja das ist nicht die ganz große aufgabe gewesen und wieder ist er auf dem posten er ist wirklich schier und überwisslich es bleibt beim unentschieden jetzt wird es brenzlig abseits entscheidung das ist jetzt die ballbesitz statistik aber von einem vorteil für irgendeinen hier zu sprechen das geht nicht herrlich gemacht weiter pass auf der nächste treffer wird die entscheidung in dieser partie bringen jetzt ja Papadopoulos Ballell Rock Emmetable Der Pass versauert leider Jungen Son Papadopoulos Läuft er ganz Schreiber Läuft er Schreiber Schreiber Läuft er 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 Draaus Und kontrolliert den Ball Und das ist genau das ist es an dieser Stelle Den musst du auch kontrollieren Nicht einfach nur wegpulen, sondern Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Anruf einladen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. 90 Minuten, Fußball sind abgefiffen worden, es steht, ohne Entschuldigung. Ja, 2 zu 2 geht diese Partie aus. Ein ausgeglichenes Spiel, ein paar, es war oft sehr glücklich für die jeweilige Mannschaft. Leverkusen zweimal vorsten, Zenit hat ein Tor geschossen, der ging nicht rein. Zenit hat ein Tor geschossen, das wurde nicht gegeben, weil es abseits war. Und sonst war es dann trotzdem ausgeglichen und bis zur letzten Sekunde eigentlich doch ein harter Kampf. Zum Anfang sah es gar nicht so aus, aber frühe Tore ja auch. 32. Minute kam das letzte, das vierte Tor. In der dritten das erste schon. Und in echt wäre es nicht unrealistisch, wenn der Spielstand so kaum eintreten würde. Hier Ballbesitz total ausgeglichen. Zweikämpfe auch genau ausgeglichen. Abseits, sie mieten einmal mehr Ecken, Schüsse, leichter Vorteil für Leverkusen. Und, ja, dritte, achte, zwölfte und 32. Minute kamen die Tore. Würde ich sagen, das ist ein gutes Spiel gewesen. Viel, es gab viel zu sehen. Abwechslungsreich. Und, ja, dann würde ich sagen, tschüss bis zur nächsten Prognose oder bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.